In den letzten 50 Jahren hat sich unsere Bevölkerung verdoppelt. Mit der Ein-Kind-Politik gewinnen wir vielleicht etwas Zeit. Die Schwester ist jetzt gelistet und wird im Zuge des Kinderzuteilungsgesetzes verwahrt. Es sind sieben. Monday, Tuesday, Wednesday und so weiter. Wie wollen Sie das verbergen? Von morgen an wird jede von euch an dem Tag das Haus verlassen, der ihren Namen trägt. Aber außerhalb dieser Mauern, da nehmt ihr alle die gleiche Identität an. Und zwar die von Karen Sedman. Haben Sie Geschwister? Nein. Miss Sedman, steigen Sie bitte in den Wagen ein. Gibt es irgendein Problem? Ich habe sie verloren. Wo steckt sie nur? Was, wenn Mandel tot ist? Und die Behörden sie vor uns finden? Dann ist unser Leben vorbei. Am besten waren wir immer im Team. Irgendwer will, dass wir verschwinden. Die Frage ist, wieso? Kümmern Sie sich um die Sedments. Ich weiß nicht, wer ich bin. Das hat auch die andere gesagt. Schluss parameter. Wir gehen.